Auf jeden Fall. Ich bin Zopf. Ein bisschen was zeigen. Das ist The Room. The Metal Room. Chaotisch. Wird nicht weggeräumt. Auf jeden Fall geht es hier weiter. Hier ist es die schönste Sache. Das ist jetzt die Wand. Die Metal Only Wand oder Metal Wand. Der Maiden Creator. Summer Breeze. Mülltüte. Und wie kann es auch anders sein. Rainy. Boyn Horty in Rocky. Und hier. Jawoll Cranks. Und daneben Suicidal Tendencies. So. Hier. Sodam. Ich hänge meine T-Shirts auf, die kaputt sind. Dann hänge ich die auf. Das ist cool. Ein Wacken. Mein altes Iron Maiden Plakat hier. Das habe ich mal gekriegt auf dem Konzert mit Iron Maiden. Und dann. So billig. Wie der hätte ich weiß gar nicht wandert war. Und dann halt hier so ein bisschen so. Und dann geht es hier weiter. EMP. EMP Flagge. Von Summer Breeze sie kriegt. 666. The number of a beast. Doro. Ja. Ein leicht kleines Bild von Doro. Und dann hier. Kiss. Das hat der Lukas leider kaputt gefressen. Der kaut nämlich Klamotten an. Bullet of my Valentine. Ja gut. Die Band interessiert mich eigentlich nicht. Aber das T-Shirt fand ich gut. Ja. Jetzt geht es weiter. Oh ja. Ich liebe. Satin Bettwäsche. Also so. So schöne glatte Bettwäsche. Ich finde die gut. Wenn auf der. Wenn dann eine Haut. Wie soll man sagen. Also wenn man da drin schläft. Ist gut. Aber das finde ich geil. So mit dem Drachnetz. Habe ich mir erstmal aufgehangen. Fand ich geil. So. Gehen wir weiter. Hier mein Cowboy Hut. Bitburger Pelz. Aber der sieht geil aus. Naturarbeit. Und hier. Das ist mein Schlagzeug. Da habe ich mal gekauft. Da hat jetzt ein Kumpel von mir ein Loch reingemacht. Decke rein. Hört sich besser an. Ja ja. Sollte ein Proberaum. Swarms werden. Na ja. Mal gucken. So. Und dann hier meine Schallplatten. Schallplatten, Schallplatten, Schallplatten. Queen's Ryeq. Megadeth. Halloween. Antrax. King Diamond. Judith Priest. Asti. Metallica. Alles da. Meine erste goldene Schallplatte, da ist sie, ist auch Metallica. Und dann hier Wasp, und dann geht hier weiter, geht es hier weiter, Iron Maiden. Iron Maiden, Iron Maiden, Iron Maiden, CD's, Blaulicht, Iron Maiden, alles Iron Maiden. Alles Iron Maiden, hier geht es weiter, und dann habe ich hier CC Top. Zwei schöne CC, ok, jetzt geht es hier runter, und jetzt kommt es zu meinen Computern. Ja, die Computer habe ich aus der Firma gekriegt, wollten sie wegschmeißen, ich habe ihn repariert. Genau wie die Bildschirme und so, also es ist alles gebraucht, Geschenke gekriegt und alles ist nicht schlecht. Und dann haben wir hier, für den Kundenfestival war ich nie, da wäre ich gerne gegangen, dann weiß ich auch warum, als es alles nicht ging. So, dann geht es hier weiter. TIE WICKET Aufkleber, das ist der Black Key. Und halt der hat mir den Aufkleber angegeben und war nicht schlecht. So, und dann hier meine Hackenteile, Destruction, dann hier noch ein paar Videos, zwei Schallplatten hier rumliegen. Ja, ja gut, dann gehen wir weiter, und hier mein Amp, und dann halt meine dicken Lautsprecher hier. Die habe ich halt so lang, so lang, aber sieht man die überhaupt? Ne, sieht man nicht. Na gut, da sind die Dinger. Motorheld. Und wie kann es auch anders sein? Rennung mit der Maus. Ja. So. So, jetzt konnte ich hier ein bisschen was zeigen. Ey, warte, ich muss das mal hier ein bisschen anders hinstellen. Ja. Ja. Ja, Trashfest. Ja, Trashfest. Ja, Trashfest. Ja, Trashfest. Und ja, warte mal. Hahaha. Vielleicht kannst du das sehen. Meine Lieblings... Meine Lieblingshose. Kurze Hose. Warte. Ja. Ja. So ist besser. Hahaha.